Ja, Saligucki. Ciao zusammen. Jetzt darfst du deine Teorie aufmachen. Freust du dich? Mega. Schon die ganze Zeit habe ich mich gefreut. Was denkst du? Was ist drin? Weiss es nicht, aber wenn ich das Zeug so anschauen verdenke ich nur noch den Kübel. Dann schauen wir doch mal, was bei dir drin ist. Das passt fast nicht der Durst. Bis dahin, Raumdemo. Der hat das Törchen zu klein gemacht. Und? Ist es der Kübel? Ich hoffe es jetzt mal nicht, weil der ist nicht so schön. Nein, ich glaube es nicht. Es sieht ähnlich aus wie ein Podest. Eventuell kommt dann der Kübel drauf. Ja, dann stell es mal einfach hin. Sehr gut. Und jetzt gibt es noch eine Frage von dir. Ja, die Frage ist, wie viele Beiträge stehen aktuell im EHC Forum? Alles klar. Schöne Weihnachten, Damian. Merci, euch auch. Ciao zusammen.